Das macht er wahrscheinlich beim letzten Jump Alter, mann, warum kürzt du mich? Jaaaa Ich möchte weh Ja, kann ich Ok, ich muss... Ich muss mir was einspeichern Würdest du das dann auch... Bin ich... Bei mir ist alles verbarg Wieso, wo bist du? Nicht das? Ja? Darf ich dich einmal killen, wenn du es mir nicht übelnimmst? Wenn du es mir nicht übelnimmst... Du musst doch herausfinden, wie das geht Na, ich weiß, wie es geht, klar Da ist ne Kiste, schau Hm Die hab ich aber schon gelootet Und so Aber das zählt Das zählt wirklich Ja, kannst du mich trotzdem wieder mal tippen Aber... Warte, warte, du hast doch jetzt schon zweimal gemacht vorhin Nein, einmal, oder? Doch, hat er zweimal Schau doch Krustum YouTube killed Krustum YouTube Er hat sich ja jetzt getötet Nein, hab ich nie gemacht Niklas Ach was, war es ja selber? Krustum YouTube Hallo, das wäre doch dumm Krustum YouTube Ich lass dich das Nächste Schensch, machst du los? Aua, ja Ganz am Schluss I kill, oh, ist das angenehm Einen Kill noch frei zu haben Erstmal wieder den ersten Jump schaffen Was trinkst du da? Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Jaaaa Da hat er wieder was Da hat er wieder was Let me in Ruhe Weißt du was ich trinke? Dass ich gleich wieder getötet werde Boah, kann man hier oben eigentlich gut beobachten Hey, lass doch aufhören Noch ein anderes Jump'n'Run Nein, nein Ja, dann hebe ich doch eh Einmal hab ich jetzt Das andere kommt beim nächsten, du Oh, wer weiß, vielleicht beim übernächsten Oh, vielleicht kommt es ja doch jetzt Hey, 2 Jump, kennst du die noch? Oh Ja, kenn ich Jetzt fregen wir es wieder zum Lenken Macht mal an irgendeine Stelle An da ganz hinten in die Ecke Nein, die Ecke Das leckt richtig hart Hä? Legas? Ja? Ähm Da ist ein Loch irgendwo Hä? Wo ist denn das Loch? Hier ist Das hab ich aus Versicherung gemacht Also, lass mich ran Ja, schau Schau Das hab ich heute auch nicht gefunden, oder? Scheiß Das hab ich nicht gefunden Nee, komm mal her Das ist ja auch ein Jump'n Ja, komm her Das ist ja auch ein Jump'n Komm her Oh, wir heile Doch, Kostum Oh, Fabi! Ja Komm mal Erzverkackt Komm her, Fabi Komm her Ja Du hatt eh noch ein bisschen es hat So weit ist Das ist aber schon assi Das gleich hat wir doch auch gemacht Habt ihr? Mhm Au Ich hab halt ja auch die Idee gehabt dann Das leckt dann halt so total Ihr könnt das Es auch bei mir machen Ne Frage, schafft ihr es bei mir? Die Sache ist die Ich glaube Das Ah, wie viele das sind Leckt Leckt das? Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ich kann mich kommen Die fliegend hier hinterher Hi Oh, schisch Ich sehe alles nur so in Gefühltes Fünf Sekunden Abständen Oh, Gott Fabi, komm mal runter Ja No Alter Alter Nur Kreise mit drehen Wuuuuii Wie ist sie? Alle hinter Soll ich wie ein Tag machen für dich, Chucha? Ne, nicht für mich Für mich Ich Ich mach's auch mal Leute, ich hab Hunger Ich will was zu essen machen Da hier Was ist noch mein Spiel? Du Kackmongo, Alter Kann ich das wissen, Chucha? Was wenn ich das jetzt First Try mache Ist das schon nirgendspiel? Trigger, Trigger, Trigger Wuuu, Wuuu, Wuuu Joa, Niklas, ne? Joa Joa Was sind da? Ist so schwer Ja Oh, es ist so gemeiiiit Die Hä? Ja, was tut Äh, Niklas Wie ist der hergekommen? Ich hab keine Ahnung Weißt du echt? Ja, hast du das Checkpoint aufgemacht, oder auch? weiß ich nicht ich habe keine ahnung egal lassen wir es einfach ich habe keine ahnung ich bin aber ich habe den jackpot zugelassen kannst du das selber machen bitte ich habe keine rechte hast du rechte danke bitte ich habe schon die erste sprung nicht habe ich den ersten sprung schon nicht weil wieder wie macht ihr den hier warte ich zeig dir du machst so warte also das ganz trick lässt so und dann springst du dran jungs und bleibt mir ist ja einmal runtergefallen ja jungs wo bleibt ihr wo ist denn du vielleicht springt er ja beim letzten ach come on fabi ohne scheiße machst du das ich dachte du bist ich dachte ja echt meintrig die die haben vorteile einfach du wir sind beschäftigt warte äh kannst mich gerne reinsetten nein mach selber danke also also wie oft darf ich dich jetzt in survival setten 1 2 3 ja 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 80 prozent du von prozenten dann lieber mal ich habe 80% das ganze schadens gemacht der kill steht mir zu ich weiß nicht ich komme jetzt echt langsam vor wie nur alter ich komme es dir vor wie ich ist das gechillt ein tokyo cool intro 10.000 mal abzuspielen durch mein desktop ach gott fabi wie machst du das wenn man mich gm einsetzt zeig ich dir alles der 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 hat die map sicherlich schon mal gespielt ich spiel gar kein minecraft mehr zur zeit das habe ich wieder jetzt seit jahren jahr locker nicht mehr geöffnet sicher ja obwohl das letzte mal habe ich das mit annika kurz geöffnet ich spielte aber nicht aber geöffnet lässt du mich vor äh 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 ich habe jetzt schon das verlangen runter zu kommen und euch weg zu boxen das darfst du aber nicht das wäre auch gerecht okay ouch schon darfst du noch immer noch einmal schälen das stimmt das stimmt hat noch einen kill offen joa ne ich gehe mal auf die toilette ich denke ihr seid eh also ihr braucht eh noch ein bisschen länger was denn als sie ich muss aber auch auf klo ich habe keinen bock mehr ich habe keinen bock mehr ich habe keinen bock mehr der triggert mich so ein bisschen ehrlich gesagt ich habe den jump and runs aber hey wir sind damit groß geworden wo bist denn du ich bin hier oben hat er wieder luft geholt ja kommt irgendwann schafft man das ganz spontan ich habe den letzten auch nicht geschafft oh behalten wir mal wieder vor uns ich bin einfach durch ein checkpoint gegangen also habe ich insgesamt jetzt nur zwei aber hey das ist auch nice ach guck mal der letzte jump ey boah wie ruhig es jetzt ist wenn der 14 jährige nicht da ist ich weiß gar nicht wie der letzte jump aussieht ich darf die wirst du auch nicht mit erleben ich habe voller angst hier runter zu fallen oh la ruckla das sind keine knie gegen den tipp knie das mag der oraios kennste doch kennste doch oh damals bakasura in der mülltonne oh ja und er ist wieder da ja hi hi er ist ja ein bisschen getriggert auf mich ja ja toll tut hi ich bin wieder runden hi na bist du schon weiter gekommen? natürlich nicht ha 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 schluss ha 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 bist du jetzt ach das wär noch ewig dauern eins ich kann eh hoffen ja ich bin ja eins zwei ja nice die klasse tut ja mach lieber einfach jump bitte ja tp mich mal richtig? ja warte ja stimmt du hast ja gar keine op ach doch hat er ich hab dich nicht geschlagen du hast mich runtergestoßen da kann ich nicht füllen wenn du so schnell bist ach schnell bin ich das ist ja das gegenteil du hast mich runtergestoßen weißt du wie oft ich dich töten darf? ach keine ahnung gib mir auch nicht ein paar mal du mann bist du fetter? warum bodyblockst du mich? weil weil du hier blockierst uns das darfst du gar nicht ich glaub dafür gehen erstmal 8 kills runter ne? das map griefing nochmal 8 kills ja ich darf dich so oft töten du glaubst du mir nicht wenn du hier bei diesen jump bist bei dem werd ich niemals sein bei dem dann werd ich dich töten dann werd ich dich auftöten dann wirst du heulen nochmal ok alter serious wie das denn ist ja ja ist das doch ich find's doch gut dass ich dich auftöten darf nein da du warst du ja viel zu schnell darfst du mich tp'n ah darfst du mich tp'n kannst du mich tp'n Niklas nein ich find's schon kurz tp'n du schon tp'n mich ich find's schon tp'n ich find's schon tp'n für sieben kills weniger ja 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 da fehlt mich die ganze Zeit Niklas bitte fabi hör auf ich hab ihn dir du kriegst ein game und hast eine höhere range ich merke aber richtig krasse wie es blutet es flutet vgs ist vom flut system zu chum zu chum zu chum zu chum also ich hätte ich gelassen das sah ja schon ziemlich krass aus also ich hätte dich ja gelassen wenn ich ehrlich bin du süßer drache Leute ich geh mir was zu essen holen ich hab so einen hunger ok überlebt was sonst nicht mehr auch was machen sollen wir da auf dich warten lass uns die stell dich noch fertig machen dann einfach nein wir machen ich hab schon dir nicht mehr ich hab schon dir nicht mehr ich mach mehr ja gut bitte Ich habe versucht nachzudenken. Bitte, warte kurz. Warum kann ich so weit schlagen? Und eins, zwei, drei, vier, fünf... Boah. Geh aus dem Weg. Geh. 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 Oh, bitte. Geh. Hier auch mal Spaß haben. Mit Fisch. Du kannst dich ja noch mal mal von der ganze... Was mache ich denn? Ich hab' hier oben. Wir gönn uns jetzt mal was. Was können wir uns? Sind ja ne Aufnahme, ne? Guck mal gleich mal Jonas her. Ja, frag mich Herr Grafer. Weißt du, er schubst mich an, minimiert mein Spiel, dann wär ich was runtergefallen. Ich hätte dich ausgelacht. Dann dachte ich mir jetzt gerade so... Okay. Papi! Was machst du? Sorry. Was, schummelst du einfach? Komm, komm her, komm her. Geh nach oben! Nach oben! Ich überziehe mich! Ich nutzt Teleport! Geh nach oben! Hi! 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 Ja, hi! Warte! Warte! San... Jonas! Hi! Was ist los? Der, der, der... Der heißt einfach nur so, weil es unser Standardspruch ist. Momentan. Was glaubst du, wer du bist? Ja. Ist euer Standardspruch. Momentan ja. Okay. Was glaubst du, wer du bist? Was muckst du hier so auf? Das ist unser Standardspruch momentan. Wieso? Okay. Das hat irgendwie so ausgeschaut, als hätte schon wieder irgendjemand Stresst. Deswegen... Ja, Dark hat Stress angefangen. Dachte ich mir jetzt... Weißt du, er gibt mir die Rechte, die Adminstelle nicht hochgehen darf. Ja, Mann. Man darf nicht auf. Oder den... Oder Dachboden. Man darf auch nicht auf den Auflass. Ja, das ist auch nicht das Problem. Aber auch nicht auf Dachboden? Was? Dachboden? Wo ist denn Dachboden? Über Serverleitung. Also wirklich über Serverleitung. Bis beim Strichen. Ja, da darf man auch nicht rein. Na, warm, warm, warm. Inzwischen Channels darf man sowieso nicht rein. Ja. Aber es war cool da. Support Office oder Team nicht stören und sonst... Die restlichen Channels halt. Ja, 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 ja. Wir haben... Ich hab verstanden. Also ich hab grad Rukla, biete. Biete auf. Dominik, komm ich immer noch da unten. Ist zwischen euch schon wieder alles geklärt oder habt ihr noch Stress? Wie? Wer? Wo Stress? Du hast auch grad gesagt, der Ark hat Stress angefangen. Nö. Wir hatten keinen Stress. Es war einfach nur so... Ich war... Minute bis wir an die Rechte entnommen wurden. Die... Logisch sind wir... Du hast mich geschlagen. Du hast mich geschlagen. Merk ich mich für diese Stelle nicht schuld? Hä, nein! Doch du hast mich geschlagen. Du hast mich geschlagen. Stress anfangen. Ich hab OP. Ah, klar. Da hast wir recht über. Hoffentlich. Grüße euch alle. Ich bin grad... Wie spiel'n? Äh? Woh, 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 woh. Also gut, ich pack's nochmal wieder. Hast nicht mal die Leiter genutzt? Oh, ja, ja. Ja, ja. Was ist mit du schon? Ja, ich denk mal... ...dass wir dann hier nächst mal weitermachen. So ist ein Dank fürs Zuschauen. Oh, Grand Finale. Oh, man sieht ja... Das ist Frank. Tschüss, ihr drei. Oh, ja, oh, Reios. Oh, Fabi. Nein, Fabi. Oh, 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 Fabi. Reios, Reios. Er hat der beste ACs. Was? Du hast gerade... Du hast übersteuert, was? Ich bin der beste AC. Okay. Nice, nice. Ciao.